Ich müsste aber etwas geschlossener mitgehen, gerade bei der Wendung, auch die Kehrtwendung, etwas geschlossener zeigen. Nimmt aber zeitweise Kontakt mit der Hundeführerin aus, geht dann wieder zur Funktion aus, setzt sich etwas besser halten, ist gut, folgenfrei. Auch hier wesentlich geschlossener mitgehen, sie ist einfach etwas weiter draussen, gerade bei der Kehrtwendung und bei der Wendung und bei der Schenkel auch. Zieht aber wieder zwischen, was mir gut gefällt und aufmerksamkeit mit dem Hundeführer auf. Sehr gut, setzt sie lecker, so braucht es die Oberkommando bis sie runter geht. Macht es dann das Letzte, aber sie braucht eben Hilfe und Zusatz zu zeigen. Ist noch gut, bringen, zieht eine zielstrebige Arbeit, aber etwas gerade vorsitzen. Nachher kann etwas geschlossener in die Enkel und Stellung gehen, ist noch gut. Das Ablecker-Frei ist vorzüglich gewesen, gesamthaft gesehen gut 87er. Vielen Dank.